Ich bin's, euer Angelo, und wir nehmen eine Runde PVZ auf, die vierte Folge heute, mit dem lieben Riffat Maki. Ey, ich soll nicht machen, dass die dich hören. Ah, es darf hier nicht durchlaufen. Mann, warte, ich mach mal kurz, warte mal, Riffat Maki. Okay, ich soll nicht machen, dass er dich aufhört, oder die, die ich hören. Sollen die dich hören? Lass, du hast Maki, nicht einnehmen. Was? Redet er gerade? Ich nehm doch gerade einen. Ich weiß, der ist so. Aber er wird meine Sachen machen. Absolut, ich schlanker. Ich mach jetzt einfach Spornpumpen. Ey, der hat zu ner zu, jetzt kann ich nicht mehr. Aber kann er noch verstehen. Bist du das? Ich hab keinen Bock, rüber zu gehen, sonst können wir nicht reden. Und zusammen rüber gehen geht doch auch nicht. Aha. Der hat die, der hat die Flume genommen, obwohl er keine Heilung mehr ist. Alter. Komm schon. Äh, hat mich selber umgebracht. Äh, ja, können wir machen, aber ich weiß nicht, ob ich für beide... Ah, ja, das können wir, 3, 2, 1, wechseln, ja? Ich auch, ich auch. Hm. Jetzt ist der voll abgeschickt. Ja. Ja. Jetzt ist der gefickt. Wer läffelt zuerst? Als Pflanze bist du cooler. Und hast du auch ne geile Aufgabe, einen Garten zu beschützen. Und es ist ne geile Hinterkompis. Schneiden? Ich hol mir jetzt die Zukunftskarteer dann. Es sind ja nicht so viele Leute, also kann ich ja richtig gut schneiden. Wenn ich mal will, wenn ich das ne 14er kriegen würde, wäre ich schon mal froh. Ja, meine Beste war ne... Nein, ne 13 war meine Beste. Ich check mich, wie du das immer schaffst, wie hast du das immer gemacht. Ja. 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 Was ist das für ein, ein ganz normal? Ey, mit so einem Klubschauen da. Ja. Oh, das mache ich jetzt mal auf. Hat er das geplättet? Alter, wie so schießt er auf mich? Jetzt habe ich ihn schon mal gesehen. Das sind die Zukunftskarteer. Wink. 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 Ich verstehe. Oh, Janos, habt ihr vergessen? Ich nehme auf. Habt ihr vergessen? Ich nehme auf. Und die, die hört sich jetzt voll 안나 und so schräg. Denn die wollen wischen. Und dann ist einfach okay. Aha. Okay. aber er hat er hat er kann sogar so nix was nein ich wollte extra nur voll aufladen ich weiß, One-Hit macht Bocken oh da kommt der wieder oder ein anderer was ist die beste, also das beste Kacktee für dich mach ich gerne, ich nehme die jetzt auch tschüss Leute